Level 2, wir haben ein cooles neues Top freigeschaltet, haha, wir haben ein Top freigeschaltet, verdammte Axt! Ähm, was machen wir mit ihr? Angeln, oder? Eigentlich müssen wir mit ihr angeln. Wir haben zwar schon das Rädchen zum Angeln, wir nehmen sie als Anglerin, das ist einfach, das passt halt einfach, es passt halt einfach, sorry. Es passt halt einfach, nehmen wir auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin ein Schmetterling, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Du hier, großartig, denn wir haben viel zu tun. Oh Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid, Leute. Ja, das werden wir jetzt ein paar Minuten sehen, das passt zum Kaninkel, halt. Ja, das werden wir jetzt noch ein bisschen tragen müssen, ja. Ja, das ist, das, das Grunzen eben gerade hat mich selber überrascht, ja, 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 ja. Ich, ich habe ein Boot gefahren. Alter, die ist, oh Gott, die ist, oh Gott, die ist, oh Gott. Ey, ey, ey. Oh Gott. Oh, diese Flügel. Ich bin ich wert, ich bin ich wert, ey. Oh Gott, Leute. Oh nein, ey. Oh, ey. Wie ist das? Du bleibst da so lange zu tun. Oh, Lea, vielen Dank. Oh, Mann. Ey. Ich darf da nicht hingucken, ich darf da einfach nicht hingucken. Moment, Kaffee, guck mal mal da hin. Ey, schöne Stream-Leuchtung hast du hier. Ja, Mikrofon, bist du neu? Ach nee, du hast neuen Aufsatz auf, alles klar. Ich glaube, ich glaube, ich habe dieses Flügelzitter. Nein. Ich glaube, ich habe es. So. Das Bootlicht. Alter, musstest du mir jetzt auch noch da reinlernen. Oh, sieh dir diese Stream-Leuchtung an. Ja, toll. Oh, sieh dir diese Stream-Leuchtung an. Ich sage es gerade noch. Oh, Mann. Ihr könnt euch, ihr könnt euch auch merken, bei 522, ich mache mal einen Marker, ich habe keinen Marker-Button mehr. Oh. Oh Gott. Ich, ich, ja, Moment. Ja, okay. Das, das, ähm, funny. Funny, ich, ich, ähm, so. Das, das, das Boot liegt am, ähm, es liegt am Strand und ist beschädigt. Aber nicht allzu sehr. Komm. Siehst du ja, ne? Ja, komm. Geh voran. Ich, ja. Ich folge dir, auf jeden Fall. Ich bin definitiv hier. Ich muss diese Klamotte aussiehen. Alter. Alter, Alter. Oh, Mann. Genau, einmal bitte resetten. Das Thema ist durch. Oh. Nee. Nein. Nein. Ich, ich muss, also das muss ich jetzt, das kann ich nicht. Keine Chance. Brille noch heil, Brille ist noch heil. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Okay. Und jetzt. Dankeschön, schwarzer Phönix. Vielen Dank dafür. Und jetzt, jetzt bleiben wir nochmal ein bisschen ernst. Also Wahnsinn. Oh, wow. Ich weiß gar nicht, was daran so witzig war, aber ich doch eigentlich schon. Ich meine, wir haben es noch nicht im Profil gesehen gehabt, ne? Mit diesem schicken Bauch. So. Beim, das nächste Mal, wenn ich es sehe, ist es nicht mehr, nicht mehr so dramatisch, glaube ich. So, Kleidung ist jetzt noch frei. Oh Gott, wo geht es denn hin? So. Einmal verschluckt noch. Ah, hier Tränen, Augen, meine Güte. Witzig, witzig, witzig. Okay, das war, das war unerwartet. Muss ich sagen, das war wirklich, wirklich unerwartet. Aber, was auch, aber, wir ziehen es, wir ziehen es trotzdem an, okay? Ich werde mich da jetzt durchbeißen. Jetzt fehlt noch die Muschelhalskette und dann, dann war es das. Dann war es das für heute. Dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich durch. Dann bin ich raus, dann bin ich vorbei.